Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Mein Name ist Alexander Holt und nicht nur für meinen nächsten Friseurtermin wird es jetzt allerhöchste Zeit. Ich freue mich auch darauf, endlich wieder Freunde zu treffen, endlich wieder gemeinsam Sport zu treiben, Theater- und Kinoabende zu genießen und in lokalen Geschäften zu bummeln. Für all das brauchen wir jetzt dringend Zuversicht und eine echte Perspektive. Mit unserem Bayernplan haben wir von der Freie Wähler Landtagsfraktion frühzeitig Wege aus dem Lockdown aufgezeigt. Ich freue mich, dass andere das inzwischen aufgreifen, egal unter welchem Namen. Vorsichtig sein, FFP2-Masken tragen, Abstand halten, testen und impfen lassen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir Schritt für Schritt wieder zu einem offeneren und lebenswerteren Leben zurückkehren können.